Ich bin unterwegs, also insbesondere nicht zu Hause in meinem extra tollen Studio, wenn man so sagen will. Ich will trotzdem ein bisschen was sagen zu den neuen Kostümen und werde dann auch Ziehungen machen. Die beiden neuen Fünf-Stern-Kostüme sind zu Asla und zu Justitia und dann eigentlich das Highlight meiner Meinung nach ist das doppelte Kostüm jetzt das Zweitkostüm eben von Li Shu. Zu Asla und zu Justitia werde ich, glaube ich, so ziemlich das Ähnliches, also was sehr Ähnliches sagen. Beide Fähigkeiten sind klar besser als von den beiden vorigen Kostümen, also wirklich gut eigentlich schon im Verhältnis dazu. Und trotzdem ist für beide das Problem, dass sie einfach weiterhin langsam sind und die Fähigkeit, also der Grundschaden ist jetzt bei Asla 310% Schaden und ein großer Teil vom Schaden kommt dann erst über vier Züge aufgeteilt, also 756 Schaden eben auf drei Gegner und er heilt dann auch ein bisschen davon, also 40%. So wenig ist das, glaube ich, gar nicht, habe ich mir jetzt nicht durchgerechnet, aber es sind einige hundert Lebenspunkte, die er heilt, beziehungsweise in Summe müssen es sogar um die tausend sein über die vier Züge. Das Problem ist nur trotzdem, für diese schweren Hitter, die haben einen Nutzen in Events, in Türmen und so weiter, dann wenn der Grundschaden, der eben sofort ausgeteilt wird, entsprechend hoch ist. Dann ist er auch für einen Bauer-Gamer interessant. Sowas wie das bei Kufu ist, wie das bei, ja, wie heißt der Amose ist, den habe ich nicht, da muss ich wieder überlegen. Aber ein Held, der langsam ist und nicht extrem fest zuschlägt, ist, sagen wir halt meistens, nicht sonderlich interessant. In dem Fall ist es so, also bei Asla, und jetzt gehen wir nochmal kurz rüber zu Justitia in dem doppelten Kostüm, ja, 300% Schaden auf alle ist eh fein. Und die Genauigkeit, minus 40% Genauigkeit, ist was wirklich Unangenehmes für, gut, drei Züge nur, das könnte vielleicht länger gehen, aber immerhin, der Schaden steigt, ja, wenn ein paar Gegner schon gestorben sind. Aber trotzdem ist das bei beiden Fähigkeiten so, also sowohl bei Justitia als auch, jetzt gehen wir wieder zurück, als auch bei Asla, wenn man ihn im Angriff dabei hat, egal ob das jetzt normal, normal, also für mich ist es unvorstellbar, einen langsamen Helden in normaler Geschwindigkeit, also bei normalen Modeln mitzunehmen. Aber sagen wir, es wäre so, in meinem Fall nehme ich ihn halt bei Rush mit, oder würde ich ihn mitnehmen, und da ändert das nichts, ob jetzt Asla den Gegner komplett abrasiert, oder ein anderer Held, der eine Spur weniger Schaden macht, ihn genauso tötet, weil ich habe ja drei von diesen Helden mit, und der Schaden reicht aber nicht aus, um zum Beispiel, dass ich vielleicht theoretisch ans Deck gebe, mit nur zwei Helden, die den Gegner umbringen, für das reicht es trotzdem nicht, und dadurch sehe ich keinen Mehrwert dahinter. Asla habe ich schon gemaxt, weil er ganz am Anfang, das habe ich mir jetzt gerade vorher angeschaut, eigentlich extrem, wenn man sich schaut, ist halt der Grundasla, 205% Schaden bei allen Gegnern und hat dann der Brandschaden über sechs Züge, der war am Anfang, wie das Spiel rausgekommen ist, einer der Helden, wenn nicht sogar der Held, der am gefürchtetsten war, weil er, wenn er ausgelöst hat, oft die ganzen Gegner auf einmal umgebracht hat. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist das ja eigentlich ein Witz, wenn man sagt, 205% Schaden auf alle für einen langsamen Helden, ja, so ändern sich die Zeiten, und inzwischen dieses klar bessere 310% Schaden und 756 über vier Züge ist halt noch immer nicht so spektakulär, dass es ja, ich meine, dass er jetzt ein Kämpfer ist und das superiore Talent hat, das ist bei Kämpfern schon sehr mächtig, das kann ihm vielleicht ein bisschen helfen, aber ja, ich glaube, auch wenn ich ihn ziehe, das würde jetzt nicht sonderlich viel ändern. Also ich habe schon das Kostüm und habe eigentlich das Kostüm fast, also das erste Kostüm, habe das aber fast nie eingesetzt. Ich glaube nicht, dass es etwas ändern würde. Und jetzt gehen wir noch einmal kurz zu Justizia. Ja, das ist ja da so ähnlich. Ich meine, Justizia ist dadurch vielleicht ein bisschen gefährlicher als manch anderer in der Rush-Dev, weil Justizia sowohl einen brauchbaren Schaden macht, als auch mit der Genauigkeit halt irgendwie bewirkt, dass der Angreifer halt etwas dagegen braucht. In der Praxis ist es aber bei Rushia sowieso so, dass die Angreifer oft an Trond mithaben oder probieren zu blockieren. Ja, ja. Es ist mir einfach zu wenig. Justizia habe ich nicht gelevelt, das heißt, da würde es mich gar nicht interessieren, sie zu maxen. Ich will jetzt niemanden enttäuschen, der sie gezogen hat, der halt nicht auf, ja, in so einem Umfeld spielt, wo halt langsame Helden nichts mehr zu suchen haben. Wenn man, ich könnte mir vorstellen, das zweite Kostüm von Vivica ist ja jetzt so, dass sogar in normalen Devs das unangenehm sein kann, weil sie auch eine Kämpferin ist. Und dann, wenn sie wiederbelebt und 50% Mana dazukriegt, ja, das bewirkt ein bisschen, dass ihre langsame Mana-Geschwindigkeit, ja, davon ein bisschen aufgewogen wird. Aber natürlich, richtig vorne hat das nichts zu suchen. Jetzt gehen wir zum dritten neuen Helden. Lishu im Kostüm. Und da schaut die Sache ganz anders aus. Füge dem Ziel und benachbarten Gegner 270% Schaden zu. Das Ziel und benachbarte Gegner werden drei Züge lang zum Schweigen gebracht. Das ist eine Fähigkeit, die bei Rush sehr mächtig ist. Zum Schweigen bringen, ihr wisst, das macht Micky. Natürlich macht Micky das jetzt fünf Züge lang und Micky ist zusätzlich immun gegenüber Effekten wie Alfricke. Das heißt, das ist jetzt nicht ein, ich will jetzt gar nicht sagen ein kleiner Micky, weil das ist jetzt nicht einmal annähernd. Aber trotzdem ist Lishu damit einer von mehreren Helden, die das gut können, dass sie drei Helden lahmlegen für eine gewisse Zeit. Wie weit das jetzt für mich einer der Besten davon wird, müsste man sehen. Also wenn ich jetzt überlege, Proteus hat Vor- und Nachteile demgegenüber. Auf der einen Seite, ich habe natürlich bisher Proteus im Einsatz, teilweise noch, also einen immer, einen zweiten manchmal. Proteus verhindert ja, dass der Gegner Mana kriegt, was in den meisten Situationen besser ist, als er zum Schweigen gebracht wird, außer wenn er halt schon geladen ist. Das heißt, manchmal kommt Proteus eine Runde zu spät, um Alfricke aufzuhalten. Und dann ist natürlich Lishu besser umgekehrt, aber kann man im weiteren Kampferlauf manchmal Proteus auch irgendwo halt hinkasten, wo halt dadurch zwei bis drei Helden wirklich über länger, also über die drei Runden kein Mana kriegen und dann in der Folge, in der vierten und fünften Runde noch immer kein Gefahr sein, weil sie am Anfang wenig Mana gehabt haben. Und dann wäre Proteus besser als Lishu. Schwer zu sagen, was dann wirklich besser ist. Vielleicht in Summe Lishu ein bisschen. Die Fähigkeit ist aber auf jeden Fall gut für alles, was irgendwie mit Turnieren, also alles, was mit Viersternbereich zu tun hat. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, darüber, sie zu ziehen. Also bestimmte Viersternhelden in dem Portal sind sowieso recht selten. Das heißt, das sage ich nicht nur so, ich würde mich wirklich freuen, sie zu ziehen. Ich werde jetzt dann, ich rede noch kurz über die anderen Helden, werde aber, ich glaube, also vorher habe ich bis zu 45 Ziehungen zu machen. Ich zeige euch noch, wie ich mich auf sie freue. Ich habe nämlich sie jetzt fast sogar extra in meine aktuelle Turnier-Dev gestellt. Im ersten Kostüm. Es ist sowieso schon gut, also auch ohne das doppelte Kostüm. Aber in der Erwartung, falls sie das doppelte Kostüm kriegt, dann kriegt die, die bei mir in der Dev steht, noch einmal einen ordentlichen Bonus dazu. So, gehen wir wieder ins Portal rein. Was ist sonst? Ganz allgemein die Quote. 1,3% auf einen der beiden vorgestellten legendären Helden. So große Chancen auf einen bestimmten Fünf-Stern-Helden gibt es sonst nie. Außer, also jetzt abgesehen, die Monatshelden, die es ja mit genau doppelter Wahrscheinlichkeit gibt. Das heißt, wenn einer von den beiden Kostümhelden, der vorgestellt ist, wirklich gut ist, dann ist das Portal damit automatisch wirklich gut. Und in dem Fall, ja, Magni im Doppelkostüm ist schon gut. Also wie weit er jetzt wirklich weiterbringt, hängt natürlich davon ab, wie der Account sonst aufgestellt ist, was man sonst alles für Optionen hat. Es ist halt eine von vielen sehr guten Möglichkeiten, um mit einem 3-Stack zumindest eine Seite wegzuräumen. Die 64% Teftern für Specials sind was Besonderes. So einen hohen Teftern gibt es insgesamt, der Mäso ist auch nicht allzu häufig. Und der Teftern nur für Specials ist was Seltenes. Es ist eine seltene Fähigkeit und lässt sich auch manchmal dadurch bei Events oder mythischen Titanen in Kombination mit Bengi gut einsetzen. Ob jetzt gerade Magni da immer die beste Variante ist, das ist so die Frage. Also zum Beispiel Bersals ist für den mythischen Titanen besser, wenn man nicht Platz hat für mehrere als jetzt Magni gerade. Aber es hat ja nicht jeder genau den kostümierten Bersals und so. Also es ist Magni auf jeden Fall, öffnet da neue Optionen. Ja, er ist dadurch, dass er Schurke ist, das ist schon für normale Kriege, für Rates ein Vorteil. Sein Schaden mit 285% ist halt nicht der höchste, das sagen wir inzwischen. Ist auch arg, wenn man sich denkt, wie das vor einiger Zeit noch war, da hätte man sich gefreut drüber. Inzwischen ist das vier schnell und auf drei ja nicht überragend. Könnte aber schon sein, dadurch, dass er Schurke ist, dass Leute, die jetzt nicht so gut aufgestellt sind, auch den doppelkostümierten Magni in der Dev einsetzen können. Ja, also ich würde mich freuen, weil er damit für Events schon ziemlich brutale Dev-Town-Stacks ermöglicht. Dass man Farb-Dev-Town, normalen Dev-Town und Magni dazu, ja, ob das jetzt wirklich viel bringt, denn das kommt davon aus. Also es hängt natürlich vom Event ab, da müsste die Postwelle, um das es da meistens geht, schon sehr, sehr stark sein, dass man das wirklich braucht. Aber da ich Magni schon gemakst habe, würde ich mich freuen, ihn zu ziehen. Jetzt schauen wir, was gibt es sonst noch. Ganz kurz, Satana ist noch kein Kostüm vorgestellt. Also hat es noch nicht gegeben, im Beta-Test würde ich damit sagen. Bei Richard auch noch nicht. Elena auch noch nicht. Die drei gibt es noch nicht. Und ein vierter kommt dann noch. Ein vierter hält, was noch Unbekannt ist. Bei Kadilen war eines im Beta-Test das Unspannendes. Bei Leanna war ein Symbeta-Test das Unspannendes. Und bei Mariana war auch ein Symbeta-Test das Interessante ist. Also das schon eine Aufwertung darstellt. Dorn ist noch keines bekannt. Ganz allgemein, bei allen Kostümhelden da, wenn irgendeine Version davon schon gut ist, so wie bei Kadilen zum Beispiel, die zweite Version, dann wäre es natürlich eine große Stärkung, wenn man das irgendwann erscheinende zweite Kostüm dazu kriegt. Weil dieser Kostümbonus von 15, 15, 20 Prozent ist wirklich sehr hoch. Und das ist eine der Hauptstärken jetzt von diesen Doppelkostümen, dass die Stats so hoch sind wie bei keinen anderen Helden. Deswegen ist auch die Teamstärke oben rechts, in dem Fall 2014, also höher als bei allen normalen Helden, die so unterwegs sind. Auch bei den aktuellsten sieht man das nicht. Und jetzt gerade Magni zum Beispiel hat glaube ich sehr viel, stimmt gar nicht, Blödsinn, gar nicht so viel Deck. Asler hat so viel Deck, 1093, Wahnsinn, ja. Ja, jetzt bin ich versehentlich rausgegangen. Von den besten Doppelkostümen, jetzt bevor ich zu meinen Ziehungen komme, ich habe gesagt, bis zu 45 würde ich jetzt machen. 15, dafür habe ich die Schlüssel. Und dann würde ich bis zu 3x30 mit Münzen machen. Meine beiden Ziele eigentlich wären Magni und Lichu. Und ich glaube, wenn ich einen von beiden kriege, würde ich aufhören. Einfach weil es, gerade bei Lichu ist es so, die würde man es aus dem nächsten Portal auch wieder kriegen können, mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Und würde ich auch überleben, wenn ich es nicht sofort kriege, sozusagen. Es kommen dann immer neue dazu, ja. Den würde ich mich auch freuen über Kargan, weil da die normale Version bei Türmen und auch Events sehr gut ist und die mir über den Bonus freuen wird. Ja, das ist bei mir auch gebraked. Sonst von den Besseren habe ich manche schon. Also, ich beschwöre. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich nicht lang beschwören muss. Also so ein abartig hohen Juwelen-Count wie jetzt gerade habe ich noch nie gehabt. Ich war, glaube ich, noch nie über 40.000. Ist es jetzt nicht so, dass es mein Ziel ist, dass ich den möglichst bald los wäre. Okay, Monat zählt. Die zweite für mich. Und Screenshot. Ja, also, so leicht kann es gehen und schon ist das Video fast vorbei, weil jetzt werde ich natürlich nicht mehr großartig ziehen. Was ich jetzt noch mache, ist einfach aus Prinzip, ich mache die Kiste voll in voller Freude. Vielleicht kriege ich noch die Schuhe dazu. und ja, mein riesiger Juwelenberg, der wird bestehen bleiben. Ha, das ist ja cool. Magni habe ich, also ich habe ihn gemaxt in normaler Version. Da ist übrigens Stopp, also nein, Blödsinn. Habe ich, habe aber das Kostüm noch nicht gehabt. Das erste, das hat es natürlich auch ziemliche Arbeit, den jetzt hochzubringen. Ich glaube aber, dass ich es tun werde. So, drei Meiner für meine die Schufesturnier, das wäre natürlich ein Riesenglück. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das wollte ich ja Screenshoten. Unglaublich. Unglaublich. wisst du, warum das jetzt so unglaublich ist. Ich habe mir das vorher ausgerechnet. An epischen Helden gibt es so 26,5% und es gibt aber 22 verschiedene Viersternhelden. Das heißt, einen individuellen kriegt man nur zu 1,2%. Ja, sehr selten. Und jetzt habe ich damit 8 Zügen beide gekriegt. Ja. Jetzt muss ich aufhören, ohne dass ich die Kiste aufmache. So cool. Das sollte öfters bei Portalen, die mir besonders wichtig sind, so gehen. Ja. Also ich bedanke mich für euer Zuschauen. Seid es mir nicht zu neidig. Ich wünsche euch auch viel Glück. Vielleicht kriegt ihr auch hier etwas Brauchbares. Danke. Bis bald. Bis bald.